Maya und Lina Hallo? Hallo Maya, wo seid ihr? Ich erwarte euch zum Picknick. Wir kommen bald. Das hier? Nein. Das hier? Nein. Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das ist ein Zyprastreifen. Zyprastreifen. Mama, ich komme. Hurra, komm zu mir. Schau, ich koche eine Suppe für Lina. Ich werde dir gleich helfen. Danke, Sonnenschein. Schmeckt's? Ja. Und wir werden Tee trinken. Mh, was für eine leckere Suppe. Wir haben das Litzchen vergessen. Ich mach das selber. Mh. Mh. Ich hab ein Löffelchen für die Mama. Ein Löffelchen für den Papa. Hier ist unser Tee. Welches Törtchen willst du? Ich will ein Croissant Wie lecker Hatten wir ein wunderschönes Picknick Magst du es, Picknicken zu gehen? Dann gib uns ein Like Und schau dir das nächste Video von Maya und Lina an Tschüss Maya und Lina Schmimbegin 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 Ihr schwimmt hier und ohne mich. Na wartet, na wartet. Was machst du? Nein, mich triffst du nicht. Ah! 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 Ihr habt mich ganz nass gemacht, also werde ich euch verhexen. Das war's. Ah! 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 Tsch! Was machst du denn? Ich zaubere. Ah! Ah! Das war noch nicht alles. Ah! 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 Bleib hier sitzen und warte auf die Magie. Ah! Nach کے Tsch! Ah! Ah! Ich steck fest. Meine Füße kleben. Ah! Hilfe! Rettet mich! Hmmm... Wah! Ich verstehe es nicht. Ich klebe nicht. Ich kann rauskommen. Mädels, kommt raus aus dem Becken. Nein, wir sind verzaubert. Ich kenne da ein Mittel. Nein, ich mache den Zauberrücken nicht. Wollen wir laufen? Ja! Ja! Nein! Maja und Lina Hallo Hallo, ich räume unser Zuhause auf Maja, wo wollt ihr hin? Spazieren Geht aber nicht weit weg Ist gut Ja, ich habe ihn abiert Das Ei, ich verstehe Alles gut Hab ich ihn die Bemer Pretty Meine Friede Ich bin es jung Lina, schau mal, was für Enten Lass sie uns füttern Lina, warte hier auf mich Ich hole nur schnell Kekse Mama, Mama, ich brauche Kekse Ist dir nicht heiß? Mama, ich bin so gerannt, so gerannt Komm, ich helfe dir, dich auszuziehen Wozu brauchst du denn Kekse? Wir haben mit Lina Einhornenten gefunden Dann komme ich mit Wo sind denn die Enten? Da sind sie Wer ist da neben ihnen? Meine Lina Sie ist ohne Erlaubnis weggegangen Wir müssen sie retten Ich habe ein Netz Mama, ich habe ein Netz Es klappt nicht Ich habe eine Angel Mama, Mama, ich habe eine Angel Lass mal probieren Es klappt nicht Lass mich mal probieren Ich schaffe es auch nicht Vielleicht brauchen wir einen Rettungsring Ja Mama, Mama, ich habe Ringe Super, komm her Und ich habe ein Seil Super Lass uns das andere probieren Ich will es selber Schau mal, wen wir gefangen haben Ende Hurra, wir haben sie gefangen Hurra, wir haben Lina gerettet Hurra, wir haben es geschafft Lina, man darf nicht weglaufen Komm, ich setze Lina in den Kinderwagen Und wir füttern die Enten Ja Du isst die Kekse auch Ja Magst du es Enten zu füttern? Dann gib uns ein Like und folg dem Kanal Maja und Lina Tschüss 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 Vielen Dank.